Was ist da denn los, meine Freunde, frage ich mich an der Stelle. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale hier auf meinem Channel. Ja Leute, wir zocken heute eine kleine Runde Solo. Ich lande in Tilted Towers und ich bin gespannt, ob wir den einen oder anderen Kill machen können. Leute, falls ihr gerade das Video seht, was ihr tut, wenn ihr mich hören könnt, schaut mal nach, ob unterm Video die Glocke an ist beim Abonnier-Button. Ich würde mich extrem darüber freuen, wenn ihr die Glocke anschmeißen könntet, denn Support ist kein Mord, würde ich mal behaupten. Und schade. Einen haben wir. Okay. Er hackt ein bisschen um sein Leben. Ich muss mich kurz konzentrieren, Leute. Bin übrigens gerade, wenn ihr dieses Video hier seht, live auf Twitch. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal rüber auf Twitch. Ich würde mich extrem darüber freuen. Viele Leute vermissen meine Live-Streams, haben sie gemeint. Und, ähm, ja, deswegen schaut doch gerne auf Twitch rüber, Leute. Erster Link in der Beschreibung. Da bin ich öfters mal live, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber interessiert ja hier keinen. Weil niemand will meinen Twitch-Streams sehen. Nein, Spaß. Kommt vorbei, Leute, wenn ihr Bock auf Live-Streams habt. Auf Ehrenbruder-Basis natürlich. Vier schmackhafte Kills bis jetzt. 50er-Hit. Das schmeckt natürlich sehr. Oh, er ist fast in die Trap gelaufen. Tsch Tsch, mein Freund. Tsch Tsch. Ich würde sagen, wir pushen einfach direkt weiter. Damit wir einfach im Kill-Flow bleiben, sage ich mal. Oh, Mann, ey. Als ob meine Pump einfach leer ist. Das gibt es nicht. Hallo, Pump. Ich brauche Munition, ey. Hallo, Entschuldigung. Kurz ruhig bleiben. Ich muss nur ganz kurz hier nie einsammeln. Oh, oder lieber die hier. Und dann bin ich gleich glücklich da. Oh, mein Gott, nein. Nein. Was? Oh, so viel Pech aber auch nicht, ey. Alrighty, zweite Runde. Wir landen jetzt mal hier. Schmackhafte Retail-Row. Ich lande gar nicht so oft in Retail irgendwie. Schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Lieblingsstadt ist. Mal gucken, was wir so machen können. Lol, da ist jemand rein. So, eins, zwei, drei, vier. Zack. Und wir schnappen uns das. Uff. Das war ein Fehler, Kollege. Er kann sich doch nicht so gut verstecken. Er muss doch noch in dem Haus drin sein. Hier. Uff. Wo kommst du denn her, Kollege? Kannst du doch nicht mit mir machen, Alter. Allah, steht man auf mein Dach? Ah. Ah. Was? Er gibt mir noch so einen Hit. Ah, Mann, ey. So, hier sind doch bestimmt noch mehr Gegner, oder? Ich muss sagen, seit dem Gauntlet Cup hat sich da schon einiges verändert, wie die Leute schon wieder besser geworden sind. Alle Turtlen auf einmal und so weiter und so fort. Das ist schon heftig, muss ich sagen. Uff. Upsi. Upsi, dupsi. War keine Absicht, okay? Du springst einfach in meine Shotgun rein. Das kannst du doch nicht machen, ey. Tut doch weh. Als ob ich da nicht getroffen habe. Wie er noch leben kann, verstehe ich nicht. Mann, ich sollte nicht so mit meinen Opfern spielen. Fix, das macht man nicht. Okay. Hey, buddy. 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 Habe ich nicht gemacht, oder? Oh, Mann, ey. Uff. Mann, der nervt mich. Loll. Ach, Bro. Ja, komm zu mir. Komm zu mir. Pau. TG, mein Freund. Sorry, mate. Aber ich glaube, du hast so ein kleines bisschen ein Loch im Kopf. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber irgendwie schmerzt. Als obere, Leute, wir haben schon wieder sechs Kills. Richtig schmackhafte Runde bis hierhin. Vielleicht bekomme ich ja wieder einen Headshot. Das kann natürlich auch sein. Aber falls ihr noch keinen Daumen nach oben da gelassen habt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Support ist kein Mord, ne? Ihr wisst Bescheid. Genau, wie es hier drüber steht. Supporter, Creator, Code, Fix. Warte, hier. Hier steht Fix, übrigens. Das könnt ihr eingeben, wenn ihr wollt. Bitte, bitte gebt das ein. Bitte. Okay. Ich habe eine Kugel gefunden. Piu. Die Kugeln sind richtig nice. Ich mag die Kugeln sehr. Aber, wenn die Kugeln im World Cup drin sind, schauleben, meine Freunde. Das wird ein Spaß für jeden, der wegen so eine Kugel auf Fresse bekommt. Er hasst mich, Leute. Er hasst mich. Ah. Ah. Ich habe ein Damage gemacht. Ah. Was? No. No way. Also habe ich 50.000 Voll-Damage bekommen. Runde Nummer 3. Ah. Was? Ah. Nein. Ich muss sie todhacken. Es tut mir leid, Bro. Komm, wir pushen direkt, ne? Wir haben keine Zeit zu looten, meine Freunde. Das gibt es einfach hier nicht. Ey. Bleib stehen. Oh, danke. Für die Hunting-Rifle. Wir haben keine Zeit zu looten. Das ist einfach Fakt. Ich weiß nicht, wo die Trap ist. Habe ich sie kaputt gemacht? Ist sie noch da? Ist sie hier über mir? Ah. Fuck. Loll. Junge. Du musst doch aufpassen, wenn du aus der Tür rauskommst. Oh Mann, ey. Als ob ich in diese Kack-Trap reingelaufen bin. Aber egal, Leute. Wir haben keine Zeit zu warten. Was war das mit meiner Stimme gerade? Kleiner Spacki. Wuhu. Hallo. Von wo hat der geschossen? Hö? Hö? Warte kurz. Was ist denn mit dir los, Kollege? Let's go! Wir müssen weiter pushen, Leute. Oh, da ist ein Ball. Oh, da ist ein Gegner. Oh, da schießt jemand auf mich. Hallo. Über mir ist immer noch ein Ball. Mann, Ball. Mann, Balli. Alter. Pow. Was ist da denn los, meine Freunde? Frage ich mich an der Stelle. Ach komm, ey. Das gibt es nicht. Da ist schon eine Nervensäge, muss ich sagen. Das ist schon eine richtige Nervensäge. Was macht er denn? Hey, ich bin oben. Und du bist unten. Boom. Boom. Ich stirb, Junge. Oh, Mann, Leute. Ich liebe Fortnite, ey. Ohne Spaß, ey. Wenn ihr auch Fortnite liebt, benutzt den Supporter Creator Code Fix auf Ehrenbruder Basis. Dann zerstört ihr auch die Leute, wenn sie versuchen, mit einem Busch auf euren Kopf zu landen. Oder wenn sie versuchen, sich über euch zu bauen. Und ihr euch panicmäßig einbaut, wie der größte Trottel. Lol. Wieso baut der sich ein? Hallo. Na? Was macht der denn, ey? Ich glaube, er panikt ein bisschen. Nein. Mein MP war nicht nachgeladen. Ey, ich will auch das Lagerfeuer haben. Nice. Ja, das ist warm. Oh, ja. Was geht schon wieder mit diesen Runden ab, ey? Wenn ihr mehr solche Runden sehen wollt, wenn ihr gerade Bock habt auf Fortnite, schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei, Leute. Da bin ich gerade im Moment live. Wir machen ein bisschen Solo, vielleicht ein bisschen Challenges und so. Ich würde mich sehr freuen. Support ist natürlich kein Mord, ne? Vielleicht habt ihr auch einen kostenlosen Twitch-Primes an frei. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ey, ich komme! Hallo. Hat er jetzt einen Hit bekommen oder war das ein Ghost-Hit? Ja, Mann, ist er in der Nervesäge, ey. Was? Er hat keinen Hit von mir bekommen? Leute. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nur mir passieren. Komm vorbei auf Twitch. Erster Link in der Beschreibung. Support mich als Creator. Und vorn in deinem Shop. Jetzt. Bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.